Hey ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr auf meinem Kanal seid. Herzlich willkommen. Okay, das war irgendwie verstörend, aber wann bin ich das eigentlich mal nicht? Und zwar habe ich mir bei Amazon verschiedene Oreo-Sorten bestellt, da ich gerne, sehr, sehr gerne Oreo esse. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Also natürlich gibt es davon mehrere Sorten, aber ich habe jetzt nur... Ja, okay. Gibt Gas. Aber ich habe jetzt wirklich die Sorten bestellt, die ich so, ja, wirklich geil fand, wo ich mir so denke, oh mein Gott, das muss ich auf jeden Fall probieren. Okay, einmal habe ich hier Oreo mit Birthday Cake Geschmack. Da bin ich sehr gespannt. Und Lemon. Und auch noch mit Kokoscreme. Ich bin gespannt, wie sie schmecken. Hoffentlich schmecken sie gut. Also keine Ahnung, ich kann mir ja irgendwie ein bisschen vorstellen, wie sie schmecken könnten. Deswegen hoffe ich, dass ich das... dass das so schmeckt, so wie ich mir das eigentlich vorstelle und dass mich das jetzt nicht enttäuscht. Fangen wir mit der Sorte Kokosnuss an. Okay, packen wir das gute Stück mal aus. Oh Gott, Leute, ich bin gespannt, wie das schmeckt. Okay, dann fische ich mir jetzt mal so ein Oreo raus. Okay, die sind ziemlich, ziemlich dünn. Schaut mal. Mit dem Schokoladenkeks. Oh mein Gott. Oh, das riecht so lecker. Okay. Also es schmeckt wirklich sehr gut. Aber ich glaube, weil es so dünn ist und nicht viel von der Creme drauf ist, schmeckt man nicht so sehr diese Kokosnusscreme raus. Also man merkt schon, dass es Kokosnusscreme ist. Aber ist jetzt nicht wirklich der krasse Unterschied zum Original. Da ich Zitronengeschmack sehr, sehr gerne mag, dachte ich mir doch dann... Okay, dann kostet die mal mit der Lemon Cream. Und da bin ich sehr gespannt, weil das ist ja jetzt auch nicht mehr der dunkle Keks, sondern so ein heller Keks. Oh Gott. Die riechen voll nach Babykekse. Oh mein Gott. Ich habe früher mal so Babykekse gegessen. Und irgendwie riechen die genauso. Mann. Ey, ich will einmal ein Video drehen und was passiert. So sieht der Keks aus. Mmmh. Mmmh. Oh, lecker. Okay, das schmeckt... Das schmeckt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Mmmh. Oh, das schmeckt richtig geil. Leute, wenn ihr Zitrone mögt, ne? Oh mein Gott. Himmlisch. Oh mein Gott. Das ist so lecker. Zum Schluss gibt es die Oreo mit Birthday Cake Geschmack. Das sind die hier. Ich stelle mir das eigentlich ganz lecker vor, aber ich denke, es wird extrem süß sein. Aber gut, wir testen das jetzt mal. Eher gesagt, ich. Oh mein Gott, sind die schön. Oh. Leute, seht ihr das? Das, guckt mal. Mit Streusel, so bunt. Oh, wie geil. Oh, ich bin sehr gespannt jetzt. Hm. Leute, Zuckerschock. Ja, genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Es ist ziemlich, ziemlich, ziemlich süß. Ich meine, es ist klar, es ist ein Keks, aber im Gegensatz zu den mit Lemon oder Kokosnuss oder zu den Originalen, sind die hier extrem, wirklich extrem süß. Ist jetzt nicht so mein Fall. Schmeckt aber sehr gut. Meiner Meinung nach haben wir die mit der Lemon Cream am besten geschmeckt. Das ist eher mein Fall. War auch nicht zu süß. Also jetzt, Birthday Cake war extrem süß, aber Lemon ist irgendwie so ein bisschen auch erfrischend gewesen. Zitronenkuchen mit Zitronenglasur. Voll geil. So, das waren jetzt alle Sorten. Wenn ihr Bock habt, dass ich vielleicht, ich weiß nicht, KitKat oder so, gibt es ja auch in verschiedenen Sorten, dass ich das mal bestelle und dass ich die auch in einem Video probiere. Und wenn euch das interessiert, wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann schreibt einfach in den Kommentaren Hashtag mehr, damit ich Bescheid weiß. Dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und natürlich nicht zu vergessen, Glocke einschalten, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Falls ihr mich direkt abonnieren wollt, könnt ihr das hier tun. Hier geht es zu zwei meiner anderen Videos. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Weiterschauen meiner anderen Videos. Und wir sehen uns Mittwoch wieder. Also bis dann, schönes Wochenende. Tschüss!